Felissa Elisa Feltes Felissa Elisa Feltes 20 Jahre aus Föhringen und Miss-Internet-Kandidatin. Sie ist... Extrovertiert, vorlaut und charmant. Mit diesen Vorzügen und diesem Bild will Felissa bei der Online-Abstimmung überzeugen. Sie muss von den Nutzern in die Top Ten gewählt werden, und dann entscheidet eine Jury, welche der besten zehn Miss-Internet wird. Ihre Konkurrentinnen hat Felissa bei einem Fotoshooting bereits kennengelernt. Zickereien, so offensichtlich keine. Man war natürlich total nett zueinander und beste Freundin hier und da. Aber man hat doch schon die Anspannung gemerkt und den Gedanken, dass ich da irgendwelche Freundinnen finde, konnte ich mir relativ schnell abschminken. Also es war halt... Ja, man war nett zueinander. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt negativ über irgendwelche Mädels denke. Aber man merkt halt, dass da doch dieser eine Gedanke im Vordergrund steht und irgendwie eine Mauer zwischen einem trotzdem noch hochzieht. Konkurrenzkampf also. Schließlich geht es nicht nur um einen Titel. Denn die Siegerin darf auch bei der Wahl zur Miss Germany antreten. Soweit denkt Felissa aber noch nicht. Sie konzentriert sich lieber auf ihr Informationsmanagement-Studium an der Hochschule Neu-Ulm. Freunde und Kommilitonen waren zunächst geteilter Meinung über Felissas Kandidatur. Am Anfang haben viele gesagt, hey, ich habe dich im Internet gesehen und so weiter und ja, cooles Bild. Dann wurde es auch teilweise ein bisschen belächelt, so ja, wo ist dein Krönchen und solche Sachen. Und mittlerweile sind sie doch so, dass sie sagen, hey, cool, wir unterstützen dich und so, wird voll cool und so weiter. Und deine Familie? Ja, die sind alle ganz heiß jetzt. Also meine Mom hat jedes Mal angerufen, wenn sich irgendwas an der Platzierung verändert hat oder so. Und ja, die erzählen ihren Freunden, Kollegen und so weiter. Stimmt alle ab. Unterstützung also von allen Seiten. Auch Felissas Freund hat keine Probleme damit, dass er seine Liebste mit so vielen Männeraugen teilen muss. Der sieht es nicht so, dass da irgendwie, dass da irgendwelche Eifersuchtssachen mit reinspielen oder so. Also der ist einfach nur stolz und freut sich. Und wenn Kumpels ihn ansprechen auf mich, dann ist er halt natürlich noch mehr stolz und sagt, ja, das ist das meine. Wer Felissa helfen will, geht auf www.web.de, unten auf Lifestyle und dann auf Miss Internet. erscheint dann Felissas Foto einmal volle Punktzahl bitte, damit auch die Jury noch ein paar Outfits an Felissa bestaunen kann. In the world, in the world, this won't stop time tonight. And I like, and I like, I'm losing control. Let's go. Zidiè, find繩. So, so 4th day. cams. Ich wohne